Ich habe im Dezember mein Bachelorstudium beendet und wollte auf jeden Fall ein Praktikum zwischen meinem Bachelor und meinem Masterstudium machen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Mein Name ist Lynn, ich bin 22 Jahre alt und ich mache zurzeit ein sechsmonatiges Praktikum hier in Paris. Bonjour, ich bin Daphne, ich bin Chef des Projets bei The Big Challenge depuis 2018. The Big Challenge, ich mache die Motivation für die Schülerinnen und Schüler in ein paar Millionen Ländern in Europa. In der ersten Zeit und historisch war es ein Englisch-Konferenz. Und seit ein paar Jahren, haben wir auch die Applikationen, die luden und pädagogischen Spiele, um die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Ich bin zuständig für Deutschland und Österreich, das heißt für alle Kommunikationen, die reinkommen, per e-mail und per Telefon und die dann auch ein System einzupflegen. Ich bin zuымter, wie in der Lage ist, wenn man mich zu unterstützen will, wenn man einen Stagzeilen und das gut empflegt. Wenn du irgendetwas ist, wenn man eine sehr autonome-Konferenz ist, muss ich eineu- mieliste, dann steig." Ich bin hier für alle Frage, dass ich in diesem Fall deer castig. In diesem Fall kann ich auch wieder sein, wenn ich mich beschäftigt werden kann, dann ein bisschen mehr für die Herausforderung. D'un d'autre côté, si c'est quelqu'un qui est un peu moins à l'aise, j'essaie d'accompagner beaucoup plus, d'avoir des suivis vraiment réguliers et de faire quand même en sorte que ce soit un stage où la personne apprend le maximum de choses. Das coole bei The Big Challenge ist, dass ich mir so ein bisschen aussuchen kann, wo ich noch mitarbeiten und wo ich mithelfen möchte. Das heißt, wenn ich fertig bin mit meinen alltäglichen Aufgaben, kann ich schauen, ob ich noch bei der Gestaltung der Webseite oder auch bei der Entwicklung der neuen App mitmachen möchte. C'est un environnement très international. On est 6 nationalités pour environ 10 personnes qui travaillent ici. Du coup, c'est très joyeux. Praxé, c'est super pour nous, notamment pour deux raisons. Premièrement, parce que ça nous permet d'accueillir des stagiaires qui n'ont pas un profil classique pour un stage en France. Et deuxièmement, parce que l'équipe peut faire preuve de réactivité magnifique, notamment quand on est vraiment dans l'urgence. Et c'est pour ça aussi qu'on a déjà fait appel à eux plusieurs fois depuis plusieurs années. C'est bon. Poisson segue fort. Bisous-titrage Société Radio-Canada 0 1 2